Ja! Ja! Und zwar sind wir morgen wieder für euch am Start mit der Arma 3 Reihe, Altes Live mit mir und Xaver zusammen wir erkunden die Map und fangen ein bisschen an ich kann nur versprechen es wird so gut und sehr lustig und ja, das Video kommt morgen 16 Uhr, ich hoffe ihr schaltet ein sonst immer Dienstag, wir fangen jetzt mal mit einem Video der Woche an es werden noch mehr kommen ich hoffe ihr schaltet ein, bis dann